Rente mit 70 wirtschaftsweise Professorin Grimm fordert die Anhebung der Regelaltersgrenze über das 67. Lebensjahr hinaus. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich steige schon mal in diesen Vorschlag der Frau Grimm ein, möchte sie auch mal gleich zeigen, wer das hier ist. Das ist die Dame und Frau Grimm meint also, ich mache es mal ein bisschen größer, dass die Regelaltersgrenze, die ja dann im Jahr 2031 gilt mit 67 Jahren, dass diese Regelaltersgrenze dann nochmals angehoben werden muss, um das Rentenversicherungssystem sicherer und stabiler zu machen. Die Frau Grimm ist Professorin, sie ist wirtschaftsweise und Top-Ökonomin, zumindest wird es hier so im Fokus online mal dargestellt. Und sie sagt, es sei fraglos notwendig, das gesetzliche Rentenalter weiter anzuheben, meine Damen und Herren. Das Renteneintrittsalter muss an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Und die Formel dazu wäre, das nimmt die Lebenszeit um ein Jahr zu. Also nach 2031, so würden zwei Drittel des zusätzlichen Jahres der Erwerbsarbeit zugeschlagen und ein Drittel dem Ruhestand. Sie betont jedoch, Frau Grimm betont jedoch, dass es Ausnahmen für gesundheitliche Beeinträchtigungen geben müsse. Meine Damen und Herren, ob das verfassungsrechtlich so durchgeht, dass wir hier sozusagen unterschiedliche Altersrentenarten oder Regelaltersrenteneintritte machen können, das weiß ich alles noch gar nicht so richtig. Darüber mache ich mir jetzt auch gar nicht so sehr die Sorgen, sondern ich sage schlicht und ergreifend, Frau Grimm, was soll das eigentlich? Warum kommt das wieder von einer Top-Ökonomin? Wir hatten ja schon die Frau Schnitzer, die ja letzten Endes, Frau Grimm, das ist übrigens auch, dürfte bekannt sein, eine gut dotierte Beamtenstelle als Professorin hat. Und es ist immer ziemlich fragwürdig, wenn von Beamten solche Vorschläge kommen, von Top-Beamten, die sich um ihre Altersversorgung überhaupt keinen Kopf machen müssen. Die also weder in die Beamtenpension irgendetwas einzahlen von ihrem Einkommen, noch irgendwelche Rücklagen dazu bilden müssen. Also die müssen dafür nichts einzahlen. Und deswegen finde ich das schon mal ziemlich problematisch. Ich habe einfach so langsam, aber sicher wirklich ein bisschen den Kanal voll, dass uns immer solche Leute solche Vorschläge machen. Wir müssen immer länger arbeiten. Die Leute sollen immer länger arbeiten und können es vielmals gar nicht mehr. Frau Grimm, erklären Sie doch das bitte mal einer Krankenschwester oder jemandem, der auf dem Bau arbeitet oder meinetwegen als Polizist zum Beispiel den ganzen Tag im Einsatz ist oder Straßenbahnfahrer ist oder bei der Deutschen Bahn eine Eisenbahn fährt. Das müssen Sie mal dort jemandem erklären. Ja, und gegen diesen Vorschlag der Frau Grimm gab es natürlich und gibt es auch berechtigterweise breite Kritik. Und die kommt zum Beispiel auch aus Thüringen. Zustimmung kommt natürlich wieder von der FDP. Bei der FDP habe ich immer so den Eindruck, die wollen unsere gesetzliche Rente als umlagefinanzierte Rente so nach und nach abschaffen, aushöhlen, um zu einer kapitalgestützten Rente zu kommen, um ihr persönliches Klientel, die Freunde, ihre Freunde von den Banken und Versicherungen ihr zu bedienen. Aber meine Damen und Herren von der FDP, erinnern Sie sich bitte an das Jahr 2008, 2009. Was war da los? Da hatten wir die Bankenkrise. Und deshalb kann ich Ihnen nur sagen, die Leute sind sehr, sehr skeptisch und wollen eine solche kapitalgestützte Rente in Deutschland gar nicht haben. Zumindest nicht so, wie man es jetzt aktuell vorschlägt, die ja aus meiner Sicht gar keinen Sinn macht. Aber komme ich wieder zurück. Das heißt also, in Thüringen zum Beispiel stößt die ganze Geschichte schon mal auf Kritik. Nicht nur bei den Linken, sogar von der SPD gibt es hier Contra. Meine Damen und Herren, was sage ich denn eigentlich dazu, zu diesen ganzen Vorschlägen? Aktienrente, Erhöhung des Renteneintrittsalters, Rentenniveau absenken, die Leute sollen auf die Rentenerhöhung verzichten und, und, und. Alles das, was in den letzten Wochen und Monaten hier so hoch bleibt, ist alles Unfug, meine Damen und Herren. Wir haben eine umlagefinanzierte Rentenversicherung. Was wir brauchen in Deutschland, ist eine Breite von der gesamten Masse der Bevölkerung getragene Rentenreform. Wir brauchen eine Diskussion und wir brauchen diese Reform bis zum Jahr 25. Und zwar muss das mutig sein. Wir brauchen einheitliche gesetzliche Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Meine Damen und Herren, man kann sich jetzt vielleicht darüber streiten, ob Beamte da auch einzahlen sollen. Ja, die sollen auf jeden Fall da einzahlen. Das ist übrigens verfassungsrechtlich auch möglich, wie der Gesetzgeber das ausstaltet, im Rahmen seiner Alimentierungspflicht, obliegt im Übrigen dem Gesetzgeber. Das heißt also, der Gesetzgeber muss nicht zwingend für Neumann, für Neubeamte, wenn man nicht vielleicht sogar das Beamtentum abschaffen möchte, für Neubeamte hier eine Alimentierung, eine Pensionsalimentierung machen nach dem aktuellen Modell, was ja aus Steuermitteln gezahlt wird, sondern man kann ja sagen, okay, nein, für diese Leute zahlen wir als Alimentierungsteil Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Ja, warum nicht? Und wenn das dann nicht ausreicht im Vergleich zu den anderen, muss der Arbeitgeber hier zusätzlich Vorsorge treffen. Aber ich bin der Meinung, Beamte müssen in die Rentenkasse einzahlen, wie auch Selbstständige wie ich, Politiker alle. Denn wir brauchen eine breite Diskussion und auch ein breites Einverständnis. Und so wie es jetzt derzeit läuft mit dem Rentenversicherungssystem, herrscht hier ganz klar kein Einverständnis. Das heißt also, die Leute sind unzufrieden, sie wollen Änderungen. Und vor allen Dingen die Masse der Bevölkerung, die Mehrheit der Bevölkerung, will eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung und auch einen Standard in der Rente, der es möglich macht, in Würde, ohne Armut im Alltag zu leben. Natürlich muss ich als Arbeitnehmer, als Selbstständiger dafür Beiträge erbringen. Aber letzten Endes ist es so, es müssen alle in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Und liebe Frau Professor Grimm, ob Sie das Video sehen oder nicht, ist mir völlig wurscht. Aber wenn Sie es sehen, nehmen Sie es doch bitte mal einfach zu Herzen und prüfen Sie einfach mal nach, ob es nicht besser ist, ob Sie nicht vielleicht auch besser in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollten. Ja, vielleicht sogar verpflichtend mit einem monatlichen Beitrag von 1.000 Euro. Dann würden Sie sich vielleicht überlegen, ob Sie solche Vorschläge machen, die eigentlich im Grunde genommen zu immer mehr Vertruss und Ärger in der Bevölkerung führen. Meine Damen und Herren, also ich bin gegen die Rente mit 70. Das ist aus meiner Sicht völlig unnötig, so eine Diskussion. Aber letzten Endes, es hört nicht auf und wir müssen uns darauf einstellen, dass die Politik, die aktuell handelnde Politik vielleicht nicht mehr, aber dann die zukünftige Regierung 2025 über ein neues Rentenversicherungssystem nachdenkt. Ich hoffe, es kommt eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.